Okay, eine Runde machen wir noch. Na gut, ihr merkt sowieso nicht, wann ich eine Aufnahme-Session beende und wann nicht. Äh, ja. Gut, legen wir erstmal los, kümmern wir uns mal um die Folge hier. Dass wir die ein bisschen spannender gestalten. Kommen wir hier hoch? Kommen wir so? Äh, nö. Anscheinend nicht. Nein, ich wollte eigentlich nicht so... Okay. Äh... So, jetzt aber. Nö, 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 nö. Fünfer, hau und Funke. Max, Max, Max. Ah, man hat mal Hals. Entschuldigung. Ah, weiß gerade nicht, was da los ist. Ach ja, Lieferung. Okay, Ton kann ich bauen. Die Sonne ist auch da. Wir machen den mal da, in den Turm. Jetzt braucht man langsam schon ein bisschen mehr. Ja, ich sehe die Kiste. Ich will nur warten, bis hier alles fertig ist. Mach dich doch erstmal voll. Die haben wir versucht. Zwei reichen wohl nicht, ne? Ich glaube, ich muss noch zwei heranmachen. Aber das ist gut, wir haben ja den Geokorb-Shop. Wir können uns ja alles kaufen. Uh. Wir brauchen 950.000. Wir brauchen wieder mehr Kohle. Du müsstest doch jetzt voll sein, oder? Warum geht das jetzt nicht? Das ernsthaft nicht? Reicht der... Reicht's nicht aus? Nö. Reicht nicht. Hat doch vorhin gereicht. Jetzt geht's aber, ne? Gut, dann machen wir mal kurz ein Foto. Speichern. Hat halt ein paar mehr davon dran. Okay, wir fahren mal ran. Und kümmern uns um rote Kreise. Doch nicht. Wie? Ja, nehm ich. Was ist denn das? Ein Gummiblock. Achso. Okay. Los. Mach. Warte ich eigentlich mal irgendwo heran? Hilft uns das was? Bringt uns das was? Ich weiß das nicht. Nein, du kommst erst mal weg hier. Nein, 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 nein. Ich probiere mal was. Du mal, der kommt dann nach hier. Äh, in den Tag. Ne, ne, ne. Ja, komm. Oh nee, warte. Nein. Das ist zwar lustig, aber bringt nichts. Kann ich noch zwei kleine anbauen? Äh, in den Tag. Äh, in den Tag. Streben haben wir noch ein paar. Das sollte hier. So, da waren Waffen dran. Naja. Gut. Jetzt geht der wieder nicht ran, wie in dem blöden Ding hier. Oder? Oder wie in dem? Weißt du? Wenn ich hier zwei runter mache? Gibt auch nicht. Nee. Müsste ich vermutlich weiter nach vorne machen, oder den weiter nach hinten? Äh, ich guck einfach mal, ne. Nein, hier kommt noch einer rauf. Sagen wir mal. Wo hat er denn jetzt schon wieder hin gemacht? Hier. Toll. Ganz große Klasse. Äh, der große Rotor, der kommt hier rauf. Die kleinen. Ich will die kleinen hier rauf machen. Hm. Warum geht das nicht? Hm. Ist doch los. Nö. Das wollte ich nicht tun. Okay. Es geht nicht. Also geht sicher schon, aber nicht ohne welche größeren Umbauten jetzt. So. Hier. Und dann das dann. Ja. Ja. Ja, das kann man zumachen. Sehr schön. Das auch. Ähm. Das ist auch alles richtig. Waffenblöcke. Guck mal, passt doch gut. Machen wir alles wieder heile. Wir machen schon noch unser Fluggefährt. Machen wir mal hier rein. Aber. Ja. Das muss leider bleiben. Ja. Wir brauchen da etwas mehr. Boah. Bisschen mehr zum Reparieren. Haben wir eigentlich alles? Oh, geht acht Minuten. Könnte eng werden. Zwei Minuten. Ich habe da nämlich gerade Hotdogs in den Ofen geschmissen. Und wenn die jetzt auch so lange drinnen bleiben, wie die Folge läuft. Uh, ich glaube. Dann sind die recht knusprig. Ähm. Sieh. So. Ach ja. Ich weiß nicht so einfach. Ach, wir sind schon auf der Suche nach einer Station. Sagt mir das doch einer. Hab ich schon mal so rumgedümpelt hier. Oh, guck mal. Hier gibt es sogar noch ein Level mehr. 3 haben wir schon noch Max. Oh. Nein. Warum? Ach, das ist doch kacke. Ach, leck mich doch. Ja, und jetzt bin ich gleich wieder ganz woanders. Da sehe ich nicht mal mehr, wo ich hinfahren müsste. Kann ich nicht mal einen Turm bauen. Was ist denn jetzt hier? Jetzt konnte ich mich hier bewegen. Jetzt ist doch alles zum Kotzen. Alter. Jetzt lasst mich los. Los, komm näher, wenn du auf die Fresse willst. Hab ich zuvor gesagt, dass du mich anschießen sollst? Schon wieder bin ich da. Hmm. Wie geht's denn? Also, ich habe das Rollen, um zu spätten. Ich hätte den Schubbunsch. Ich habe das Rollen, um zu spätten zu spätten. Ich habe das Rollen, um zu spätten zu können. Ich habe das Rollen, um zu den Schubbunsch zu spätten. Ob es denn Akkus irgendwann leer sind? Ich glaube, ich komme mit ein großes Zeck nicht drumherum. Muss reichen. Hier. Ich glaube, ich komme mit dir. Musik 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 Ich komme aus dem Arsch. Hat er geschafft, super. Warum konnte ich jetzt das Tag nicht benutzen? Oh, Verzeihung, ich wollte nicht ins Mikrofon räuspern. Also manchmal ist hier ein bisschen... Was fehlt denn dafür noch? Oh so, okay. Ach du Kacke. Ja. Top, ich bin begeistert. Ich glaube den Rest dieser Folge werde ich nochmal einen Zeitraffer machen. Die ich noch halbwegs vernünftiges Tag nochmal baue. Ein bisschen größer. Schön Geld investieren. Oh, der ist von mir. Da sind noch Teile. Ja, meine Teile. Sehr gut. Deswegen ist nicht alles verloren. Ich habe nicht erstes gleich mal kurz noch meine Hot Dogs gewonnen. Und zweitens wird der Rest der Folge dann... Naja. Geh weg. Lass mich. Schön, dass er dann doch neu geschossen hat irgendwann. Okay. Was? Ja, na klar. Ein einfaches... Nö, hier ist kein Platz. Hättest nicht getan, ne? Wenn du so... Nö, zumal. so du kannst bin jetzt inventar genau genauso wie das andere hier ja schon okay so textladen ich fliege, blitze reicht mir völlig naja, dann gibt es mal Strom du kannst jetzt inventar aber du darfst dich da hinten gleich wieder hinstellen ich kann hier hinten nämlich gerade jede Verteidigung gebrauchen, die ich sehe ui teckeln, oh ne ja genau, machen platt das geht schon, sehr gut ähm position blockiert, position blockiert, hier ist nicht blockiert dann machen daheim das habe ich gemeint wenn er steht jetzt nicht wirklich, wie man es ja gerade sieht ja, wenn der Boden nicht richtig ist können wir den nochmal versuchen der Baum ist weg, was? komm schon ich weiß, dass das geht oder auch nicht geht der vielleicht hier ja sehr gut ja gut, jetzt haben wir doch schon 17 Minuten erreicht dann kommt heute wahrscheinlich noch eine zweite Folge aber komplett nur im Zeitraffer obwohl ich mir da noch nicht ganz sicher bin ich wollte allerdings 20 Minuten erreichen haben wir noch hier was kurz zu machen oder ob ich nicht die 20 Minuten die Längestrecke die Längestrecke war jetzt falsch gesagt oder ob ich doch irgendwas politisches mache oder die einfach hm hm unschlüssig, unschlüssig wir fangen mit dem Grundgerüst an ähm Inventar öffnen natürlich wird es ein ich habe keine Hawkeye-Kabine ok wir brauchen den Shop so Paarekabine 4000, ok, kaufen so fertig oh ich bin jetzt wirklich krank wieso äh wie mache ich das mit meinem Kettenantrieb oder nehme ich die die großen oder jeder hier die da drei auf jeder Seite fünf auf jeder Seite Kettenantriebe äh bin mir unschlüssig nehmen wir erstmal ähm eins hatten wir schon zwei drei vier fünf sechs sechs Räder sind so groß wie der ein Symptom ja wir nehmen die Räder wisst ihr Bescheid ob ihr euch einlassen könnt was nehmen wir noch was nehmen wir noch nein weiß ich nicht mehr die da ran vermutlich vermutlich nicht so groß die Ketten waren schon cool die Ketten waren schon cool Versteh ich nicht. Bist du doof übersetzt. Okay, wir machen ganz normal. Achso. B. Hier. Und dann. Und hier. 400 persönlich. 3 erscheint mir so ein bisschen. Wir machen 4. Wir machen 5. Die 5-mal Breite ist schon super. Upsi. Eine Länge müssen wir da mal gucken. Wir geben einfach, dass wir Geld aus, wie wir können. Wenn nicht, müssen wir einfach mal... Einfach mal schauen... Was sich so... Wie sich das so entwickelt. Und hier sind jetzt die Räder. So kacke. Hahahaha. Halleluja. Und wie viel wollen wir da auch machen? 1, 2, 3, 4 müssen wir noch mal. 1, 2. 3. 1, 2, 3. Ja, ich glaube, das wird die Länge von unserem Gefährt. Wir müssen mal wissen, wie wendig der Erste ist. Ob der überhaupt wendig ist. Die Räder machen wir noch. Und dann schauen wir mal... Oh, das geht auch. Das ist aber nicht so cool. Das ist ja... Das Braucherhaus. Das ist ja... Ich hätte mir einen Platz zum Bauen suchen sollen wahrscheinlich. Okay. So mache. So schon sehr langsam. Die Größe ist schon super. Die sagt mir schon sehr zu. Ich mache mir mal Gedanken drüber und dann werden wir in der nächsten Folge sehen, wie es weitergeht. Ich mache das ohne Zeit, aber ich mache das wirklich in einer normalen Folge. Weil hier ist wieder viel experimentieren, ausprobieren, testen. Vielleicht willst du ja der eine oder andere sehen. Die, die es nicht sehen wollen, die müssen dann leider einen Tag sich gedulden. Ja, alles klar. Also in der nächsten Folge Fahrzeugneubau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass mal eine Bewertung da. Danke.